Musik Paschstadt feiert 900-jähriges Jubiläum an diesem Wochenende das Hauptfest. Großes historisches Fest, ein Fest, das keiner versäumen sollte. Der Fest steht im Prospekt. Um 14 Uhr soll oder sollte der Festzug beginnen. Wird es dazu kommen, Udo Seibert? Ja, ich habe den Mann, der dafür verantwortlich ist, Peter Fritz, neben mir stehen, Herr Fritz. Ich meine, es hat sich schon in Rastatt herumgesprochen, dass immer wenn Sie auftauchen, es regnet. Aber wird es denn um 14 Uhr auch regnen? Es wird um 14 Uhr selbstverständlich noch ein bisschen Regen, aber ich würde sagen, das kann man nicht als Regen bezeichnen. Da laufen wir unten drunter durch. Also der Festzug findet auf jeden Fall statt? Auf jeden Fall findet der Festzug statt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Applaus 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 Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD